herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück ja mein sohn wollte heute gebratener reis essen ja wie ich diese hier gemacht habe zeige ich dir in diesem video viel spaß mit dem pittier Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war's für heute ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.